So what do we know about this classified alien technology we're after that is classified alien and technological that's not much to go on. Yeah, just the way Falk likes it. The man knows how to keep a secret. Das in einem Zug war, der leider hingleist ist. Und bevor die Aliens da ankommen, sollten wir das tun. Ja, perfektes Wetter. Nachts Regen. Erstmal in Kippen. Und die Frisur sitzt. Also der gute Willy, der hat seinen drei Wettertaft immer zur Hand. Gut, aber... Oh, schöner Blitz. Geiler Mond. Also wie schon mal gesagt, die Atmosphäre ist wirklich bombig und das beweist auch dieses Level. Habe ich sehr geliebt, als ich das das erste Mal durchgespielt habe. Also wir sind auf so einem Bauernhof. Hier ist der Mähdrescher. Gucken wir mal, was in der Hütte hier ist. Nee, nix wertvolles. Hamilton Valley Farms. Okay. Die Drohnen machen sich wohl auf... zum Weg... auf den Zug. Und da sind schon wieder Outsider. Okay, was machen wir da jetzt? Move, Kollege. Darüber. Würde ich sagen. Ah, das bringt nix. Das ist kein Schuss. Dann hierher und machen Critical Strike. Oh, wer steht denn da oben? Rocket Sniper. Der muss weg. Warten wir mal. Gut. Dann. Mark Target. Auf den Outsider. Unser Kollege, der stellt sich dann hierher. Macht Mark Target. Na, Sektuid. Ist mir zu harmlos. Auf den Outsider. Und da mischen wir auch mit. Gut. Schauen wir uns warum. Sektuiden. Die müssen weg. Sind auch kein Problem für uns. Moment, ich glaube... genau, ich habe doch die Lasers im Jeep. Wesentlich durchschlagskräftiger. Ah, shit. DropBot. Da kommt die Bestärkung. Jenkins braucht demnächst mal wieder ein bisschen Heilung. Und ich glaube, ich werde mal ein bisschen nach vorne stürmen. Damit ich hier ein besseres Schussfeld habe. Freunde, Freunde. So geht das nicht. Wer ballert denn da auf mich? Wir werden mal einen Lift machen. So, jetzt ist Schluss, Kollege. Jetzt muss er natürlich wieder nachladen. Gut. Combo Kill. So, unsere Jungs. Bewegen wir auch mal ein bisschen nach vorne, würde ich sagen. Zumindest mal den Gallagher. Moment. Gallagher, beweg mal deinen Arsch zu mir. Geh mal zumindest daher. Und wenn du dann so weit bist, dann schieß mal auf den Outsider hinten. Ich mach mal Heilung, damit der Jenkins auch wieder ordentlich mitmischen kann. Genau, dann Jenkins. Bewegt du dich auch mal. Und zwar zu mir. Und dann magst du Target. Vielleicht auch den Outsider. Und wir kümmern uns mal um. Diese Säule. So, bleiben wir mal unten. Äh, ich hätte gerne eine Mine. Und zwar hier. Dass wenn uns die Jungs zu nahe kommen, sie gleich auf die Fresse kriegen. Okay, der ist weg. Unser Jenkins ist aufgestiegen. Jetzt ist er natürlich in die Mine rein. Der Depp. Oh oh. Äh, mach mal Critical Strike. Und ich verpiss mich dabei. Sehr gut. Da hinten steht noch einer. Könnten wir eigentlich mal wieder liften. Also ihr seht, das wird schon ein bisschen taktischer als bei den letzten Spielen. Das entwickelt sich jetzt so langsam. Je mehr Spezialfähigkeiten wir haben, umso taktischer wird's. Ey, diese... Jetzt hab ich fast was gesagt. Wie wär's mal mit einer Granate? Okay, er ist schon tot, aber jetzt machen wir noch ein bisschen Leichenschänden. Scheint's aber noch nicht gewesen zu sein. Okay, ich nehm vielleicht mal... ...meine Maschinenpistole, weil mir für die andere Waffe ein bisschen im Munihaus geht. Ey, du Sau. Ich hab dich gesehen. Jetzt gibt's auf die Fresse. War die Granate für mich? Ja. Ach, Leute, Leute. Gallagher, heil mal die guten Jenkins. Ich geb euch so lang Deckung. Okay, ich komm mal zu euch. Die Drohne muss weg. Sonst werden die Freunde ja immer wieder geheilt und ich muss schnell wieder in Deckung. Okay, die Jungs haben's geschafft. Das war's aber immer noch nicht. Da müssen noch welche sein. Schleich mich mal von der Seite an. Ah, okay, da kommen sie nämlich aus der Hütte. Die Säcke. So, bewegt mal euren Arsch, Jungs. Am besten mal hierher. Und dann mal auf den Outsider. Und du, Kumpel, gehst mal hierher und machst ein Critical auf den da hinten. Und ich warte mal ab. Beziehungsweise geb euch Rückendeckung. So, das wär's dann auch. Sehr schön. Ja, bevor wir weitergehen... Also, Barnes, dem ist das gar nicht so gut gesund, dass uns der gute Erector Fog im Dunkeln lässt, was die Missionsdetails angeht. Aber der gute Willy Carter meint nur, darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir führen einfach nur die Aufträge aus. Okay, und bevor wir weitergehen, würde ich sagen, werden wir unsere Aufsteiger mal mit neuen Fähigkeiten bestücken. Also, der Jenkins ist aufgestiegen, Rang 3. Wir können entweder ihm eine Cloak-Fähigkeit verpassen, mit der er für kurze Zeit unsichtbar ist. Oder wir kriegen Diversion. Damit können wir ein Hologramm aufbauen, das Aliens ablenkt. Also sowas wie der Holo-Duke bei Duke Nukem, wenn er es kennt. Und damit kann man dann die Gegner schön abknallen, während die abgelenkt sind. Also Cloak haben wir ja schon in der Startmission gesehen. Und ich persönlich habe in meinem letzten Spiel diese Holo-Fähigkeit nie gesehen. Deswegen werde ich jetzt mal dem Jenkins verpassen. Yep. Also, da wird ein Duplikat vom Agent erstellt. Und wenn das ein bisschen zu sehr angeballert wird, dann verschwindet es natürlich wieder. Geht es kaputt. Gut, wir werden das zunächst mal abchecken. Ich glaube, Gallagher ist nicht aufgestiegen. Das heißt, wir schauen uns hier weiter um. Ich finde, die Atmosphäre ist supergeil. Die Mine muss weg. Können wir uns mal so einen Drop-Pod genauer angucken. Ah, okay. Gallagher ist auch aufgestiegen. Dann machen wir den auch schnell. Weil, der kann entweder die Fähigkeit bekommen, dass sein Cooldown für die Mine schneller vorbei ist. Also, dann könnten wir mehr Minen droppen in kürzerer Zeit. Da ich die Mine aber eh nicht so oft verwende. Ich glaube, werde ich eher Fähigkeit 2 nehmen. Mal gucken, was das ist. Shotgunner. Also, die Genauigkeit und den Damage beim Waffengebrauch wird erhöht. Ja, das heißt, dass seine Angriffe stärker sind. Und das finde ich gut, das nehme ich. Weil, wie gesagt, die Mine verwende ich nicht so sehr. Also, zurück zum Drop-Pod. Da kommen Aliens raus. Und Drop-Bots könnte man auch vernichten. Ist aber mehr oder weniger Munitionsverschwendung. Gut. Er hat eine Laser-SMG für uns. Brauchen wir nicht, da wir eh volle Muni haben. In die Hürde schauen wir gleich mal rein. Ich will mich nur hier noch ein bisschen umgucken. Nicht, dass wir irgendwas vergessen oder liegen lassen. Ich hoffe, ihr könnt den Donner und das Gewitter im Hintergrund hören. Also, hier gibt's nix. Das heißt, wir müssen wohl in die Hürde. Du alte Hürde. Wo sind meine Jungs? Kommt mal her. Gentleman. Ach, du Scheiße. Mir sei es. Oh, unheimlich. Silakoid. Der Blob hat mich erschreckt. Ich muss es zugeben. Liegen hier Granaten? Ne, Laser-Pistole. Brauchen wir nicht. Bullets. Können wir aber gebrauchen. Das ist, glaube ich, eine Shotgun. Genau. Hui. Da hat es den Bauern zerfetzt. Alien im Graben sorgt beim Bauer für Unbehagen. Bauernweisheit. Ne ziemlich dumme Wohlgemerk. Oh nein. Mehr Blobs. Okay. Vielleicht kriegen wir den ja mit dem Battle. Mode und Criddle Strike weg. Keine Ahnung, ob Jenkins jetzt getroffen hat. Ich hoffe es einfach mal. Okay. Jetzt fehlen hier eigentlich nur noch die Milchkühe. Dann hätten wir alles beisammen. Wieso liegt hier eigentlich Stroh? Gut. Versorgungskistchen. Da fällt mir was ein. Wir haben ja unsere Agents gar nicht ausgerüstet. Die müssten jetzt eigentlich ja auch bessere Waffen haben. So Scatterlaser oder so. Müssten die ja eigentlich auch verwenden können. Gucken wir mal. Zumindest der Gallagher. Equipment. Shotgun oder Scatterlaser. Dann gebe ich dem natürlich einen Scatterlaser. Hat ein bisschen mehr Bums. Aber ich glaube beim Jenkins können wir da noch nichts machen, weil der ja Sniper Rifle hat. Und eine Alien Sniper Rifle haben wir noch nicht gefunden. Ich gucke trotzdem mal. Vielleicht haben wir Glück. Dann behalten wir die A4 Sniper Rifle und trotten voran. Also habt ihr die Schwimmflügel eingepackt, Jungs? Oh mein Gott. Das ist ein bisschen ungemütlich. Also Angst vor Wasser haben wir nicht. Aber vielleicht vor dem, was im Wasser sein könnte. Oh Mami. Ich würde sagen, ganz vorsichtig. Denn hier im Schilf kann sich immer was verstecken. Okay, Moment. Schaut's noch sauber aus. Ich hoffe, das bleibt so. Vom Regen in die Traufe. Sprichwort. Okay, die Drohnen machen sie auf dem Weg zum Artefakt. Okay, Barnes meint, wir sollen dem Flussverlauf folgen. Okay. Ein Licht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh Mami. Okay, Blobs. Leider hat der Willi natürlich recht. Die Blobs haben uns einen Fallen getan. Haben wir sehentlich hier den halben Zug runtergeworfen. Jetzt haben wir den Weg natürlich nach oben. Das ist sehr schön. Und ich glaube, hier geht es wohl kaum weiter. Und was mit dem Scherf passiert ist, möchte ich auch nicht wissen. Okay, hier schon mal ein Zugengleister. Das heißt, das Artefakt muss irgendwo in der Nähe sein. Also, nach oben, Jungs. Achtung, rutschig. Okay, noch ein Blob. Der hat sich verzogen. Okay, wir sollen das Alien-Artefakt finden. I really don't see what harm there is in telling us what this technology is. Maybe they don't know what it is. Then they could at least tell us that. Barnes piss... Just be ready for evac. I don't want to stick around any longer than I have to. Okay. Barnes pisst sich immer noch drüber auf, dass ihm keiner gesagt hat, was wir überhaupt genau suchen. Okay, da ist ein Schematic und hier ein bisschen Munition, aber ich traue dem Frieden nicht. Schauen wir erst mal, ob hier Aliens sind. Okay, ich sehe noch nichts. Das heißt, Bullets, brauchen wir die? Nee, was liegt hier? Ich glaube, eine Maschinenpistole. Brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir uns mal die Schematic. Equipment acquired. Gunner Pack reduces damage from enemy attacks and increases clip size for all weapons, allowing agents to fire longer bursts. Das ist gar nicht so schlecht, der Gunner Pack. Also mit dem kriegen wir weniger Damage, wenn uns Gegner treffen und unsere Clip Size, also unsere Magazinkröße für die Waffen erhöht sich sehr gut. Wenn wir, falls wir nochmal eine Kiste hier finden, zumindest den will ich mal ausrüsten. Okay, ich sehe hier schon eine Alienmine. Oh, zum Glück nur ein Blob. Und das ist wohl der arme Sheriff. Scheiße, ich bräuchte mehr Energie-Munition. Outsider. Critical Strike. Und dann suchen wir uns mal Deckung. So, vorsichtshalber. Minenzeit. Und den hier, liften wir mal. Ach, diese Scheißgranaten die ganze Zeit. So, jetzt haben wir natürlich unseren Lift fast verschwendet. Zum Glück waren es nur zwei. Die Gegnerische Mine ist weg. Okay. Ein bisschen Bullets. Energie-Munition wäre mir lieber. Äh, Drohne. Okay, nicht so gefährlich. Äh, mehrere Drohnen schon gefährlich, ja? Kritis, schreibt bitte. Und die erledigen wir schnell. Okay. Mal gucken, ob hier noch mehr kommt. Ich wollte auf jeden Fall mal die Mine weghauen. Ah, Outsider auf 12. Fucking shit. Okay. Hm. Ich würde sagen, es ist nochmal Minenzeit. Legen wir mal hier hin. Denn näher möchte ich den nicht bei mir haben. Okay, trau dich vor, Willi. Dann fliegst du nämlich in die Luft. Also mit Willi meine ich jetzt nicht unseren... So, das war's für ihn. Schöne Mine gelaufen, dass wir auch mal die effektiv einsetzen. Ah, Alter, der fickt mich weg. Take it out. Confirmed. Okay. Ich glaube, das werden dann alle. Wir schauen uns um, ob wir noch ein bisschen Muni finden. Ah, Laser SMG. Das kommt genau richtig. Dann haben wir wieder volle Ammo. Also 140 plus 35 ist das Maximum, was wir momentan aufsammeln können. Äh, erhöht sich später irgendwann auch. Können wir hier hoch? Ja. Hui, Scatterlaser und Energy Clip brauchen wir leider beides nicht. Mann, jetzt liegt hier so viel geiles Zeug rum. Äh, hallo? Danke. Ich nehme an, dann müssen wir hier drüben weiter, wo die Gegner herkamen. Also, falls wir Muni brauchen, hier ist genug. Hey, unser Artefakt. Bleib da, du blöde Sau. Oh nein. Muten. Muten, Muten, Muten. Das, äh, gefällt mir gar nicht. Vor allem nicht den guten. Oh, 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 oh. So, critical strike. Muten. Dann probieren wir mal so eine Diversion. So ein Abbild von uns. Stellen wir mal hier her. Okay, und wir ballern derweil auf Muten. Ich glaube, da fällt auf unsere Holotube nicht wirklich rein. Ah, Gallagher ist in die Luft gehoben worden von so einer blöden Drohne. Ha, ich muss mich um einen Muten kümmern, eigentlich. Junge, verlier doch mal ein bisschen Energie. Oh, ich verpiss mich. Und dann werden wir mal kurz liften. Bringt zwar bei Muten nicht viel, aber wenigstens für kurze Zeit mal den Jungen disablen. Oh, Mist. Jetzt sieht's wirklich scheiße aus für uns. Okay, dann laden wir mal nach. Und Jungs, es wär schön. Kommt mal bitte zu mir zurück. Obwohl, du könntest eigentlich da bleiben. Der andere ist schon wieder geliftet. Das ist scheiße. Critical strike auf Muten. Okay, dann muss ich zu den Jungs kommen. Vor allem die scheißverfickte Drohne weg. Jenkins ist fast tot. Ah, Mist. Das könnte jetzt unser Tod sein. Ich muss weg. Ich kann Jenkins' Laie nicht helfen. Mist, jetzt bin ich auch am Boden. Nein, nicht uns. Okay, Jenkins ist tot. Äh, Gallagher, bitte. Mach. Und wir verpiesseln uns mal, wir zwei. Ah, dieser Scheiß-Muton, Alter. Jetzt haben wir hier so einen geilen, gelevelten Agent gehabt. Und jetzt ist er am Arsch. Uns fehlen noch einfach Spezialfähigkeiten, um gegen so einen Moppel effektiv ranzukommen. Oh, ich lieg schon wieder. Jetzt geht er jetzt Schlag auf Schlag. Der hat so eine durchschlagene Waffe, der Typ. Okay. Vielleicht ist der Laser auch nicht wirklich die ideale Waffe gegen den. So, jetzt lass mal den Typ mal herkommen. Wirf mal eine Mine hierher. Also, wie schon mal gesagt, tote Agenten, die bleiben auch tot. Also, per my death. So. Du kommst mal mit zu mir. Der soll jetzt ruhig mal zu uns kommen, der Spack. Außer er ist zu dumm dafür. Also, ich hätte Jenkins gern gerettet, aber dann wären wir auch tot gewesen. Also, ich glaube, der kommt nicht. Dann müssen wir das eben wieder erledigen und zu ihm kommen. Ich hoffe, unsere eigene Mine tut uns nix. Okay, das haut rein. Also, der muss uns wirklich nur mal ganz kurz anschießen. Und schon sind wir so gut wie am Arsch. Gucken wir mal, was wir mit der Granate machen können. Jawohl, ja, gesessen. So, Gallagher. Du musst auch mal ein bisschen mithelfen. Hilft ja nix, wenn du bloß da hinten in Deckung stehst. Und dann mag Tage. Jetzt liegt er eh bald, der Kerl. Okay. Jetzt könnten wir eigentlich noch mal einen Lift machen. Dann kann er nicht auf uns schießen. Und dann machen wir den noch endgültig kalt. Du blöde, Sauerst Jenkins auf dem Gewissen. Also, das Get-A-Laser will ich nicht haben. Scheiße, Alter, als uns Jenkins draufgegangen ist. So, jetzt können wir Verstärkung holen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch brauchen. Also, uns ist ein Sniper kaputt gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Zeichen hier heißen, wer ein Sniper ist. Also, das müsste eigentlich... Lass mal gucken. Das ist ein Engineer und das ist ein normaler Säutler. Ich nehme an, Sniper, das ist ein Support. Also müsste das sowas wie ein Sniper sein. Unser Colt zum Beispiel, ein guter Helmut. Genau. Wie füge ich den jetzt dazu? Oder geht das automatisch? Must bring two agents in position. Ja, wie denn? Sag mir doch, wie es geht. Dann mache ich das. Agent Details, Close oder Toggle? Muss ich hier das Plus drücken? Nee. Äh. Also, die UI ist manchmal nicht wirklich selbsterklärend. Ah, okay. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Mein Fehler, denn... Die sind ja alle auf Missionen. Die können wir ja gar nicht mitnehmen. Also, es geht ja nur der Boswell. Der ist als Einseher nicht auf Mission. Also, bringen wir den mit ins Spiel. Oh, sorry. Schwere Geburt. Okay. Jetzt müssen wir dann gleich wieder zu dritt sein. Der wird eingeflogen. So, Laser SMG aufsammeln, Granate aufsammeln. Dann nehmen wir Laser SMG. Hier haben wir noch ein bisschen Muni. Granaten brauchen wir nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, das waren nicht die letzten Gegner. Oh Mann, der Mutant ist ärgert mich so sehr. Jenkins war so eine geile Sau. Hat er mal ein bisschen Fähigkeiten, dann ist er tot. Okay, wieder so Alien-Einrichtungen hier. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das Artefakt, genau. Sehr gut. Okay, der Skyranger holt uns wohl ab. Da kommt der. Gut, Operation Grifter. Die lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. 23 Minuten, war mal aktiv. The field team successfully recovered the classified device intact and apparently undamaged. The damage done to the terrain by the enemy was comparatively minor and should be a simple matter for the clean-up crews to handle. Agent Carter is to be commended for his quick thinking while in the face of overwhelming opposition. Ja, also wir haben erfolgreich das Artefakt gecovered. Die Zerstörung des Terrains, die von den Aliens ausging, ist sehr gering. Deswegen werden die Clean-up-Crews wohl einen einfachen Job haben und Agent Carter bekommt eine Belobigung für sein schnelles Denken, obwohl unser Team halb flöten ging. Leider. Squad-Status. Jenkins ging drauf, hat neun Kills gemacht, immerhin. Danke dafür. Also müssen wir halt wieder mit einem Level-1-Mann in die nächste Mission reingehen. Das ist natürlich sehr scheiße, weil wenn du keine gelevelten Soldaten hast, das ist wie beim Taki-Remake, dann bist du echt am Arsch. Und habt ihr gesehen, was einen so ein Mutant machen kann? Und dann ein Pack haben wir bekommen. Was haben wir ihn gekillt? Ein Rocket-Sniper, drei Sektoiden, 15 Auxerre, vier Drohnen, fünf Selakoyden, eine Advanced-Drone und einen blöden Mutant. Dann zurück zur Basis-Gentlemen. Und mal gucken, welche Mission als nächstes auf uns wartet. Wir werden uns für Jenkins reichen. Gut. Also Guardian-Pack haben wir bekommen und ein Achievement. Gut. Der Guardian-Pack reduces damage taken from all attacks. Also wir kriegen weniger damage bei Gegnerattacken. Agent have returned from Dispatch-Missions, a 5-U-Results. Also die Leute sind von der Mission zurückgekehrt, auf die wir nicht waren. Wir haben jetzt 5 neue Level 2 Leute. Das ist natürlich geil. Das ist sehr geil. Your agent found the students and recruited them to ensure their silence. They shared what they have learned about the outside technology and have become part of the research stuff. Staff working on weapons development under Dr. Murphy. Also sie haben eine neue Technik der Aliens auf dem Feld gefunden, diesen Guardian-Pack und teilen das Wissen mit uns und aufgestiegen sind. Das wissen wir ja schon sehr gut. Also die Missionen lohnen sich auf jeden Fall. Habe ich wieder was dazugelernt. Hier ist alles noch beim Alten, nehme ich an. Deswegen würde ich sagen, wir schauen gleich wieder zum Missions-Screen. Da wird sich auch nicht viel getan haben. Jetzt gucken wir mal bei Agent Management, ob wir einen neuen rekruten können. Ja. Also ein Sniper ist uns flöten gegangen mit dem guten Jenkins. Das heißt, wir rekruten einen neuen Recon. Recon. Genau. Was anderes können wir gar nicht auswählen. Hm. Was macht man da jetzt? Technical. Combat Training allowing him to deal more damage. Survive longer. Das, äh. Also länger im Kampf aushalten. Ich glaube, das hat sich gerade gezeigt, dass es eine gute Eigenart sein kann. Okay. Sniper Rifle Standard Pack wollen wir nicht. Wir wollen den Sharpshooter Pack. Gut. Das lassen wir alles. Critical Strike hat er. Gut. Dann rekrutieren wir den Jungen. Den Steven Krikhoff. So, dann würde ich gerne mal bei Kader gucken. Und gebe dem wahrscheinlich jetzt mal einen neuen Pack. Weil wir haben ja einen geilen aufgesammelt. Also Laser SMG und die Maschinenpistole behalten wir mal. Frack Grenade haben wir wahrscheinlich keine andere zur Auswahl bis jetzt. Genau. Und ich wollte ihm, glaube ich, den Gunner Pack geben. Genau. Reduces Damage und größere Clip Size. Das scheint mir vernünftig. Und dasselbe. Für Gallagher. Dauert ein bisschen. Equipment. Was war denn der Armor Piercer? Also gegen gepanzerte Ziele macht er größere Damage. Ich gebe ihm trotzdem, obwohl Gunner Pack. Ich gebe ihm mal so ein Armor Piercer Pack. Und Bosswell nehmen wir jetzt nicht mit. Remove from Squad. Und stattdessen nehmen wir einen Level 2 Mann mit. Wir haben aber keinen Level 2 Mann Scharfschützen. Das ist natürlich scheiße. Dann nehmen wir ihn trotzdem halt nochmal mit. Und gucken mal, wie wir ihn ausrüsten können. Also ich nehme an, wir können ihn maximal an den Pack geben. Sharpshooter Pack. Hat er schon. Okay. Dann sind wir fertig. Und gehen hier raus. Und dann würde ich sagen, dann machen wir eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. bei einer neuen Mission in the Bureau. Danke fürs Zuschauen. Servus.